Die DHV News vom 19. November 2021 Haukapp-Update Legalisierung spügt 4,7 Milliarden Euro in Staatskassen Endlich ein Leak Ampel will legalisieren Herzlich Willkommen bei den DHV News und vielen Dank für 200.000 Abos auf diesem Kanal Super Sache, wahrscheinlich haben wir schon bald 205, wir sind an den 200 auf jeden Fall schon vorbeigejettet Und ein kleiner Hinweis noch, in Sachen YouTube, es gibt schon wieder ein ausgiebiges Labervideo mit mir Diesmal im Sender von Freiheitsliebe TV, Dreiviertelstunde oder so, ich habe es selber noch gar nicht sehen können Aber so wird mal wieder okay sein, jedenfalls wenn man sich die Kommentare so anguckt, kann ich euch da drauf loslassen Link in der Videobeschreibung Ansonsten muss ich euch jetzt hier durch einen krassen, schnellen Ritt durch die Top-Nachrichten der Woche mitnehmen Weil ich in 10 Minuten wieder weg muss hier und in den Online-Talk mit der Jungen Union Stuttgart springen muss Aber es ist eine irre Woche, es hat sich Wahnsinniges ereignet Insofern sind die Top-News auch wirklich spannend Einerseits fangen wir mal damit an, Haukapp-Studie Da gab es ja am Dienstag unsere Pressekonferenz mit dem Update der Studie Die Ergebnisse davon habe ich selber erst ganz kurz vor der Pressekonferenz gesehen und mich gefreut Kurz zum Hintergrund Wir hatten ja 2018 mit euren Spenden, von der Weihnachtsspendensaison davor Die Studie finanziert von Ökonomie-Professor Justus Haukapp Was kostet die Cannabis-Prohibition oder umgekehrt dann auch Was bringt denn die Legalisierung von Cannabis für die Staatskassen Durch Steuern, die reinkommen Und durch Repressionskosten, die man einsparen kann Und er hat jetzt dieses Update gemacht Von sich aus auf eigene Rechnung, nicht auf unseren Auftrag und Bezahlung Aber eben Update unserer DHV-Studie Weil es neue Erkenntnisse gibt Es gibt neue Schätzungen, wie viel verbraucht wird in Deutschland Die Zahl der Konsumenten ist etwas gestiegen Der Durchschnittskonsum wurde nochmal ein bisschen anders berechnet Haukapp geht jetzt von höheren Annahmen aus Mehr Konsum Und das führt eben jetzt zu 4,7 Milliarden im Endergebnis Alle Effekte zusammen Anstatt 2,6 aus der Studie 2018 Also schon eine erhebliche Zunahme Und das hat nicht nur damit zu tun, dass mehr Konsumenten da sind Sondern auch zum Beispiel, dass er jetzt von einer größeren Spanne ausgeht Die besteuert werden kann Er rechnet ja zurück von einem Preis von 10 Euro im Durchschnitt Ja, dass da so ein konkurrenzfähiger Preis zum Schwarzmarktniveau da ist Und guckt dann, okay, wie groß ist denn dann der Teil, den ich wegversteuern kann Ja, der Risikoaufschlag sozusagen Und er hat jetzt dann nochmal mitberechnet, dass die Produktionskosten wohl deutlich gesunken sind Und eben mit den richtig großen Anbau-Facilities, die eben super effizient arbeiten Und da kann man halt zum Endverbraucherpreis in Konkurrenz zum Schwarzmarkt Einfach ein größeres Stück Steuern reinwerfen sozusagen Ohne dass es irgendwie weh tut Und dadurch kommt es zustande Die Justizkosten beim letzten Mal waren gar nicht dabei Nur Polizei für die Durchsetzung der Prohibition Aber nicht Staatsanwälte, Richter, Gefängnisse und so weiter Und da gibt es jetzt neue Zahlen Letztes Mal hat er gar keine Daten dafür gehabt Da war die Datengrundlage einfach so schwach, dass er gar nicht erst reingeschrieben hat Da sind auch jetzt nochmal 300 Millionen an Einsparungen Die in der neuen, im Update jetzt drin sind Und vor allen Dingen ist die ganze Sache wahnsinnig durch die Medien gegangen Seit Dienstag dieser Woche Und das war natürlich auch der Sinn der Sache Ja, nochmal die Aufmerksamkeit darauf zu lenken Während die Koalitionsverhandlungen da stattfinden Bei der Ampel da nochmal den Impuls reinzuwerfen Ja Leute, wenn ihr jetzt Geld sucht für eure Vorhaben Da liegt es bei der Cannabis-Legalisierung Vielleicht ein Zitat Ja, da gibt auch DHV wieder viel zitiert worden in dem Zusammenhang Vielleicht, Martin, kannst du da reinzoomen auf unser Twitter Wo wir wohl.at zitieren Weil da so ein schönes Bild von den Ampel-Koalitionsverhandlungen Von den Top-Leuten da noch mit drauf ist Dass die im Prinzip angesprochen werden Und da werde ich dann zitiert Der Geschäftsführer des Deutschen Handverbands Georg Wurt sagte Das Verbot von Cannabis sei schädlich und teuer Milliarden würden für sinnlose Polizeieinsätze aus dem Fenster geworfen Genau, so sehe ich das Und die Ampel-Koalitionäre hören wir dazu sozusagen in diesem Artikel auf dem Bild Und dann, zack, kurz vor der Sendung hier Jetzt, bevor ich gleich zur Jungen Union rüberjette Regnen auf einmal die Nachrichten rein aus tausend verschiedenen Quellen jetzt Dass die Ampel sich wohl darauf geeinigt hat Cannabis zu legalisieren Die Modellprojekte der SPD zu überspringen Das war ja die große Frage, die die ganze Zeit im Raum hing Ja, setzt sich die SPD mit den Modellprojekten durch Oder machen sie gleich Nägel mit Köpfen Und tatsächlich, es ist eine Reformkoalition Die wollen wirklich nach vorne gehen Wirklich den ganzen eingerosteten Mief der letzten Jahrzehnte aufbrechen Und ja, vernünftig auf eine Grundlage stellen, die zukunftsfähig ist Und dazu gehört natürlich die Cannabis-Legalisierung Ich zitiere mal die Berliner Zeitung Wir führen die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften ein Hielten demnach die Verhandler von SPD, Grünen und FDP In dem Ergebnispapier der entsprechenden Arbeitsgruppe fest Dadurch werde die Qualität kontrolliert Die Weitergabe verunreinigter Substanzen verhindert Und der Jugendschutz gewährleistet Also ein ganz klares Zitat Es ist aus diesem Fachpapier Der Koalitionsverhandlungen auf Fachebene Ja, also ist jetzt noch keine Einigung Auf oberster Ebene Aber dieses Papier liegt vor Der Funke Mediengruppe offensichtlich Also ist ein Leak Ja, ähnlich ein Leak Nach so viel Zeit verschwiegener Geschichte Und ist natürlich jetzt immer noch nicht in trockenen Tüchern Ja, hier ist so eine volle Feierstimmung wieder im Büro Und klar, man muss immer dran denken Es könnte auch nochmal schief gehen Dass die Koalition gar nicht zustande kommt Und theoretisch könnten auch von ganz oben Die Parteioberen nochmal eingreifen Und sagen, ja, ihr habt ja vielleicht fachlich recht da Aber PR-mäßig können wir das beim ersten Jahr Ampel gar nicht machen Wir müssen das später machen Da kriegen wir irgendwie Kloppe von der Bild-Zeitung oder so Aber dann, da sich die Fachpolitiker offensichtlich geeinigt haben Und die da oben, die Großen, sowieso ja jetzt die Aufgabe haben Ungeeinigte Punkte irgendwie loszuwerden Ja, die Punkte, wo sich die Fachpolitiker nicht einig waren Das jetzt irgendwie abzuräumen in großen Kuhhandelaktionen Da werden die sich schwer tun Dann noch wieder neue Konflikte aufzumachen Die eigentlich gar nicht da sind bis dahin Ja, da müsste von ganz oben im Prinzip was kommen Olaf Scholz, der Angst hat um sein Image oder irgendwas Ja, aber Den Eindruck hat man aber nicht Da erinnere ich nochmal an das Grinsen von letzter Woche Als er gefragt wurde nach den Cannabis-Steuern Ja, Cannabis-Steuern, das haben wir diese Woche gerade vorgestellt Wie viel Geld auf Olaf Scholz regnen würde, wenn er legalisiert Und jetzt gucken wir uns von diesem Hintergrund Das Grinsen nochmal an von letzter Woche Was sagt Olaf Scholz zur Cannabis-Legalisierung? Einmal grinsen bitte Also das sieht für mich nicht so aus wie jemand Ein zukünftiger Kanzler, der unbedingt noch die Cannabis-Legalisierung aufhalten will Weil er Angst hat davor Super, außerdem noch ein kleiner Punkt Drug-Checking ist auch mit drin in diesem Papier Auch ein Projekt, was längst überfällig ist Was endlich, endlich mal losgehen muss in Deutschland Auch da Fortschrittskoalition Da kann man wirklich nur sagen, Daumen hoch Das sollen sie mal durchziehen Wenn sie das hinkriegen, endgültig im Koalitionsvertrag drinstehen haben Dann kriegen sie 10 Bienchen vom Handverband Garantiert Zum Schluss noch ganz kurz eine Nachricht, die ich mir nicht verkneifen kann 100.000 Drogentote in den USA innerhalb eines Jahres, in 12 Monaten gerechnet Das ist eine gewaltige Zahl Insbesondere die Opioid-Epidemie ist ja vielen bekannt in den USA Dass es da echt ein Problem ist Weil eben da viele, viele Jahre lang Viel zu offen mit Schmerzmedikamenten auf Opiatbasis umgegangen worden ist Da ist da wie Smarties verschrieben worden Da ist der Problembewusstsein überhaupt nicht da Da wurden zigtausende, zehntausende, hunderttausende von Leuten irgendwie auf Schmerzmittel Abhängig gemacht Und die dann nach Absätzen irgendwie nach Heroin greifen Und Fentanyl ist das größte Problem letztendlich Dadurch sterben die meisten Leute Teilweise weil sie halt bewusst konsumieren Teilweise weil das Heroin damit irgendwie versetzt wird Riesensauerei, hunderttausend Tote, gewaltige Zahl In Deutschland haben wir 1500 Tote an illegalen Drogentoten Nach Konsum illegaler Drogen 1500 im Vergleich zu 100.000 Die haben ein paar mehr Einwohner Aber trotzdem ein gewaltiger Unterschied Und damit jetzt nicht die Idee aufkommt Das liegt daran, dass die USA bei Legalisierung von Cannabis vorangehen Und dass deswegen jetzt die Toten da auf einmal da sind Das ist genau das Gegenteil, ist der Fall In den Staaten, wo ein Zugang zu legalem Marihuana da ist Sinkt der Opiatkonsum Auch in der Schmerztherapie übrigens Da, wo Cannabis als Medizin vorhanden ist Möglich ist, da wird weniger Opiate verschrieben, konsumiert und so weiter Insofern, wie ich auch immer wieder höre hier von Zuschauern Die sagen, wenn es um 10 Mal Cannabis ist keine Einstiegsdroge geht Dann sagen die sogar immer mal wieder in den Kommentaren Cannabis ist eine Ausstiegsdroge Ich habe es geschafft, mit Cannabis von Heroin runterzukommen Und so ist es im Grunde in den USA auch Auf jeden Fall ist Cannabis kein treibender Faktor bei dieser Epidemie der Drogentoten Sondern letztendlich die US-Pharmaindustrie dürfte der größte Faktor gewesen sein Der die Amerikaner dahin gebracht hat Und damit bin ich bei den Oldenburg-Terminen Es geht los am 20. November Da ist das Herbstfest der DAV-Ortsgruppe Oldenburg Dann kommt in Freilassing der Treffpunkt zur gemeinsamen Anreise zur Kulti war in Wien Der Ortsgruppe Chiemgau Dann ein Orga-Treffen der DAV-Ortsgruppe Oldenburg am Sonntag, den 21. November Koblenz auch 21. Sonntag online treffen Apropos online, ich nehme an, dass ich bald wieder nur noch Online-Termine hier erzähle Weil wieder Corona irgendwie durch die Decke geht Wir sind jetzt auch überwiegend wieder im Homeoffice beim Handverband Und derselbe Scheiß wie letztes Jahr Lasst euch impfen, sonst wären wir das nie los Heidelberg, Sonntag, 21. November Ortsgruppe Rhein-Neckar Dann in Hamburg trifft sich die Gruppe Dienstag, 23. November Ein Online-Themenabend gibt es nicht von einer DAV-Ortsgruppe Sondern von einer Cannabis-Medizin-Gruppe in Bozen Es gibt Simultanübersetzung Deutsch-Italienisch Themenabend Cannabis in der Asthma-Therapie Dienstag, 23. November, 19 Uhr Dann nochmal Rhein-Neckar Online-Treffen, diesmal der DAV-Ortsgruppe Auch Dienstag, 23. November Dann Oldenburg Live-Treffen der DAV-Ortsgruppe Freitag, 26. November Und zum Schluss Infostand 27. November Der DAV-Ortsgruppe in Oldenburg Das war's für heute Ich muss jetzt rüber Ich wünsche euch noch einen schönen Tag Einen grusamen Abend Und mir wünsche ich, dass ihr dieses Video Like, die Glocke aktiviert Nachdem ihr abonniert habt Diesen Kanal hier Einen schönen Tag und einen grusamen Abend wünsche ich Und dann geht's und dann geht's Und dann geht's Das war's für heute Und dann geht's Untertitel Vielen Dank.